Von außen, glaube ich, wird von uns nicht allzu viel erwartet, das kann man schon sagen. Aber wir haben für uns das Ziel ausgegeben, dass wir aufsteigen wollen und deswegen haben wir unseren eigenen Druck gemacht. Das ist unser Ziel, das wir erreichen wollen, aber wir brauchen da vor diesen beiden Spielen keine Angst haben, weil wir nichts zu verlieren haben. Wir wollen das Spiel gewinnen. Ich glaube, das werden wir falsch beraten, wenn wir sagen, wir wollen da mauern, sondern wir wollen da durchaus auch zeigen, dass wir Fußball spielen können und wollen da Hamburg auch ein bisschen unter Druck setzen. Ja, natürlich ist das was Besonderes, sie war da lange unter Vertrag, deswegen freue ich mich umso mehr noch auf diese beiden Spiele, aber jetzt reich das Geblatt und deswegen müssen wir da dem HSV leider runterschicken. Ja, der Druck ist natürlich da sehr groß. Ich glaube, wissen die Spieler auch, wenn natürlich ein Verein zum ersten Mal eine Geschichte absteigen kann, trägt man schon einen gewissen Rucksack mit sich rum. Aber ja, ich glaube, dass alle die Spieler, die da spielen, schon einige Spiele gemacht haben und dass die auch wissen werden, wie man damit umgeht.